Jules, guckt man sich die Kicker-Elf des Tages an, dann sieht man da Uwe Hünemeyer, Markus Brenzka, Nils Petersen und dich. Was denkst du, war ausschlaggebend dafür, dass du sogar Note 1 gekriegt hast? Ja, ich weiß nicht. Das war, ich denke, ein gutes Spiel von der ganzen Mannschaft. Ich habe selber vielleicht nicht so super gespielt wie ein 1, aber ich denke, das war die komplette Mannschaft, warum ich auch ein 1 habe bekommen, aber ich bin jetzt gut drauf und das ist schön. Jetzt bist du ja doch schon als filigraner Techniker bekannt. Im Stadion werden gerade Teile des Rasens erneuert. Ist das ein Vorteil für dein persönliches Spiel? Ja, ich habe das heute Morgen gesehen, dass neue Rasen im Stadion kommen. Ich denke, das war auch sehr wichtig. Ich denke auch, wenn du in Paderborn siehst, das ist doch schwierig zu dribbeln, weil das Platz nicht so gut ist.